Warum es für gute Mitarbeiter oftmals auch schnelle Entscheidungen bedarf und etwas schnell umzusetzen. Und wie das in einem Beispiel aussieht, das erfahren Sie in diesem Video. Mein Name ist Lukas Kronemeyer, ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing bei der Sanul Media GmbH. Und in diesem Video möchte ich einfach mal so ein bisschen darüber erzählen, warum es für gute Mitarbeiter einfach mal auch schnelle, spontane Entscheidungen bedarf und wie Sie das auch mal ganz spontan umsetzen können. Das haben wir nämlich gerade selber erst für uns gemacht, indem wir hier, Sie sehen es an der Location, ich sitze ja an dem Weihnachtsbaum, wir haben sozusagen die Sanul Media Weihnachtsgrüße aufgenommen und das Ganze eben in einer Recruiting-Ad, also in einer Mitarbeiterkampagne verpackt. Wie das aussieht, das spielen wir hier doch jetzt einfach mal kurz ein. Es ist Weihnachten und du hast sicherlich schon an deine Liebsten gedacht. Aber hast du schon mal an dich gedacht? Hast du schon ein Geschenk für dich selbst? Wie wäre es denn, wenn du dir einen neuen Job schenkst? Wir suchen Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen, sei es im Backoffice, im Vertrieb, im Marketing oder auch Foto und Design. Überall dort suchen wir Unterstützung. Mach dir selbst eine Freude, schenk dir zum neuen Jahr einen neuen Job. Schau mal auf www.sanul-media.de vorbei und guck, welche Stelle zu dir passt. Bewirb dich gerne und dann freue ich mich dich, im neuen Jahr und nach erholsamen Feiertagen mal persönlich sprechen zu können. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Wie Sie sehen, gleiches, ähnliches Setting, aber das Ganze war einfach mal eine spontane Idee. Wir haben uns dazu entschlossen, das ganze Thema Weihnachten, ja auch das ganze Thema des neuen Jahres einfach mal in eine Mitarbeiterkampagne zu packen. Da ging es jetzt nicht darum, das Ganze groß langwierig zu planen, sondern es einfach mal in die Tat umzusetzen und da auch wirklich für uns schnell die Entscheidung treffen. Wir wollen daraus eine Mitarbeiteranzeige machen und das dann auch möglichst schnell umgesetzt. Das heißt, das Ganze hat am Ende nicht länger, mit Schnitt vielleicht sogar Stunde, eineinhalb Stunden gedauert, war dann auch direkt online und ja auch schon die ersten Bewerbungen am ersten Wochenende direkt darüber eingegangen. Das heißt, das Ganze war auf jeden Fall schon mal zwischen Einsatz der Zeit und dem, was dabei rausgekommen ist, auf jeden Fall jetzt schon mal ein ganzer Erfolg und ja, ist nach wie vor, wir drehen das Video jetzt hier gerade noch kurz vor der Weihnachtszeit auch online. Dann möchte ich einfach mal darauf hinweisen, dass wenn Sie im ganzen Bereich Personal, dieses ganze Thema Mitarbeitergewinnung oder auch Mitarbeiterbindung Unterstützung brauchen, da schon länger auch mal drüber nachdenken, es wird nicht besser dadurch. Nur weil Sie jetzt noch warten und sagen, ja, das ist noch ein Thema für nächstes Jahr oder es ist ein Thema für Q2 oder nach der Hälfte des Jahres. Nein, es wird nicht besser. Der Konkurrent vielleicht in Ihrer Stadt, der entscheidet sich vielleicht schneller. Der sieht ein ähnliches Video und entscheidet sich vielleicht schneller, dass er da aktiv Mitarbeiter braucht und da möchte ich einfach wirklich an Sie appellieren, treffen Sie da eine schnelle Entscheidung, denn Mitarbeiter sind nach wie vor eines der wichtigsten Güter im Unternehmen und wenn Sie da das unnötig länger hinauszögern, dann ist das einfach fatal für alles, was da auch kommen mag. Deswegen biete ich auch hier aktiv unsere Hilfe an. Wenn Sie daran Interesse haben, schauen Sie doch einfach mal auf www.sanolen-media.de vorbei. Tragen Sie sich einfach mal ein für ein Erstgespräch. Wir schauen uns Ihre Situation an, schauen, ob wir Ihnen da helfen können an der Stelle, geben Ihnen auch mal einen ersten Einblick ganz individuell auf Ihr Unternehmen und dann sehen und hören wir uns vielleicht schon in einer Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.